Jeden Tag ein Podcast zu spanischen historischen Themen oder von allgemeinem Interesse, in deutscher Sprache. Legende des Cristo del Cachorro, aktualisiert Die Überlieferung besagt, dass Ende des 16. Jahrhunderts im Viertel Triana auf der anderen Seite des Quadalquivier ein Bild der Jungfrau gefunden wurde, das auf dem Grund eines Brunnens versteckt war, wo es wahrscheinlich zur Zeit der Christen versteckt wurde, die arabische Invasion. Schnell gewann sie große Verehrung bei den Nachbarn, die ihr auf Almosenbasis eine kleine Kapelle bauten, in der man sie ehren konnte. Sehr bald wurde, wie es in der Stadt üblich war, eine Bruderschaft um die so wunderbar gefundene Schnitzerei gegründet. Mitte des folgenden Jahrhunderts wurde eine weitere Bruderschaft mit dem Namen Nuestra Senora del Patrocinio gegründet, eine Anrufung ganz nach dem Geschmack des Regierenden Felipe IV. Kurz darauf, im Jahr 1689, schlossen sich beide Bruderschaften zusammen und nahmen den Namen Bruderschaft des heiligen Ablaufs unseres Herrn Jesus Christus und Maria Santisima del Patrocinio an. Damals lebte er in der Cava de Triana, wo sich die Zigeunerhütten befanden, ein Mann dieser Rasse, ungefähr 30 Jahre alt und eine schöne Figur, bekannt für seine Fähigkeit, Gitarre zu spielen und seine Fähigkeiten für Kante Yondo, der unter dem Spitznamen El Cachoro teilnahm. El Cachoro war ein ernster, schweigsamer, konzentrierter Mann, und wenn er an Zigeunerfesten teilnahm oder an den Feierlichkeiten in Tavernen teilnahm, hielt er sich immer von der allgemeinen Fröhlichkeit fern. Er hatte keine Liebe gekannt, aber viele der Zigeuner von La Cava sehnten sich nach ihm. Es gab keinen Mangel an denen, die boshaft behaupteten, er hätte eine heimliche Liebe auf der anderen Seite des Flusses, in einem der stattlichen Viertel. Als er für mehrere Tage verschwand, begegnete ihm niemand auf den Straßen oder in nahegelegenen Städten oder umliegenden Jahrmärkten, er konnte nur an einem Ort sein, am anderen Ufer des Flusses, irgendwo, wo die Zigeuner nicht hingingen. Es sprach sich herum, dass er eine Affäre mit einer jungen Dame aus gutem Hause hatte und seine Ernsthaftigkeit darauf zurückzuführen war, dass die Familie der Braut solche Tendelein nicht akzeptierte. Eines Tages erschien ein reich gekleideter Hidalgo in La Cava und fragte überall nach einem Zigeuner, den sie El Cachoro nannten. Die Mitglieder dieser Rasse reden nicht mehr als nötig und weniger als einer von ihnen mit einem Pajo. Der Herr muss jedoch etwas erblickt haben, denn als er Triana verließ, war er überzeugt, dass der, den er suchte, an diesem Ort war. Von diesem Tag ansah man ihn durch die Gegend streifen, manchmal zu Fuß, manchmal zu Pferd, immer gut gekleidet und mit einer eigensinnigen Art, wie ein Jäger auf seinem Posten. Andererseits wurde es nach dem Zusammenschluss von Bruderschaften und der Gründung der neuen Bruderschaft des Verfalls für notwendig erachtet, sie mit Schlagzeilenbildern zu versehen. Als sich das Cabildo de Cofrades traf, wurde vereinbart, mit einem renommierten Künstler den Bau einer Skulptur zu arrangieren, die den Herrn im Moment seines Todes darstellt. Nach mehreren Vorschlägen wurde der Auftrag an den damals besten Bildermacher der Stadt, Francisco Antonio Roesquillon, vergeben. Der Meister nahm sich diese Bitte zu Herzen und schlug vor, eine Figur zu schaffen, die sich von den hervorragenden Schnitzereien seiner Vorgänger abheben würde, die Künstler der Kategorie Martínez Montanes, Juan de Mesa oder Pedro Reudan waren, das ist nichts. Dieser Wunsch, sich hervorzutun, veranlasste ihn, hunderte von Skizzen und dutzende von Tonmodellen zu zeichnen, ohne dass ihn eine davon vollständig zufriedenstellte. Er war so besessen davon, dass er nur für diese Aufgabe lebte, kaum aß oder schlief, Tag und Nacht zurückgezogen in seiner Werkstatt. Er verlor sichtlich an Gewicht und beunruhigte die Familie ernsthaft, als er krank wurde und an Fieber erkrankte, das ihn trotz des Widerstands seiner Verwandten nicht daran hinderte, weiter zu versuchen, die gewünschte Figur zu erreichen. Eines Nachts wachte er plötzlich auf, kämpfte sich im Bett auf die Füße, folgte einem plötzlichen Impuls, zog sich an und verließ sein Haus an der Puerta Real. Er ging aufs Geratewohl, ohne definiertes Ziel, und als er es bemerkte, befand er sich vor der Bootsbrücke, der damals einzigen Verbindung zwischen Sevilla und Triana. Er überquerte sie und ging weiter, bis er die Kapelle Patrocinio erreichte. Er fantasierte vor der Kapellentür und dachte darüber nach, wie die Schnitzerei aussehen würde, die er schnitzen wollte, als er plötzlich laute Stimmen und schrille Frauenschreie hörte. Als er sich umdrehte, galoppierte ein Reiter an ihm vorbei, von dem er nur erkennen konnte, dass er einen teuren Seidenumhang trug, der im Wind wehte. Von den Schreien geleitet, ging der alte Lehrer zu dem Ort, von dem sie kamen, der nichts anderes als die Zigeunerhütten von La Cava war, mit der Absicht, denen zu helfen, die Hilfe brauchten. In der Nähe sah er die Ursache dieses Aufrohrs. Auf dem Boden lag ein Mann, der sich in den letzten Qualen vor Schmerzen wand. Er schien etwas sagen zu wollen, vielleicht den Namen seines Mörders, und als er den Kopf hob, bemühte er sich, die letzten Atemzüge herauszulassen. Dieser Mann war der Kachoro, der Zigeuner, der seine Bestimmung mit dem Schicksal erfüllt hatte und mit seinem Leben für seine geheimen Liebesaffären bezahlte. Ein Dolch mit reichem Griff durchbohrte seinen Körper von der Brust bis zum Rücken. Als Roesquillon ihn sah, vergaß er den barmherzigen Mann, den er in sich trug, und fühlte sich wild und glorreich als Künstler, nichts weiter als ein Künstler, und während die Frauen versuchten, dem Sterbenden zu helfen, holte Roesquillon aus seinen Taschen ein Stück Kohle und ein Stück Papier, in dem, der im Schein der Öllampen das qualvolle Gesicht der Zigeunerin skizzierte. Später starb der Kachoro, sein blutleerer Körper wurde in die Arme einiger Zigeuner gehoben, die ankamen, um ihn nach Hause zu bringen und auf ihn aufzupassen. Nach diesem Ereignis genügte Roesquillon eine kurze Zeit, um die Skizze, die er in dieser Nacht gemacht hatte, auf Holz zu übertragen. Dank ihm gelang es ihm, dem Bild genau den Ausdruck der Agonie zu verleihen. Und als in diesem Jahr 1682 das neue Bild der Bruderschaft Patrocinio zum ersten Mal herauskam, begann das Viertel Triana, als es den Christus des Verfalls am Kreuz sah, in Bewunderungs- und Überraschungsschreie auszubrechen. Und tatsächlich war es der Kachoro, der schweigsame Zigeuner, Sänger und Liebhaber, der eines Nachts in der Cava de Triana aus Liebe getötet wurde und den der Atem des Genies des großen Künstlers Roesquillon in die Figur des verwandelt hatte, schönsten und dramatischsten der gekreuzigten Christusse, die den skulpturalen Schatz der Karwoche in Sevilla bilden. Als zusätzliche Kuriosität präsentiert die Schnitzerei ein braunes Auge und das andere grüne. Die Legende wurde mit der Untersuchung durch die Justiz vervollständigt, in der die Wahrheit endlich bekannt wurde. Tatsächlich besuchte der Zigeuner alle paar Tage eine Frau, obwohl sich herausstellte, dass diese Dame eigentlich seine eigene Bastardschwester war. Der Mann war in einem Versuch, das Geheimnis zu wahren, aus Angst, ihr aufgrund ihrer Herkunft Schaden zuzufügen, entdeckt und dieser falschen Absichten beschuldigt worden. Es gibt eine andere Theorie, nach der der Spitzname El Cachoro eine Bezeichnung war, die von den Literaten des goldenen Zeitalters ziemlich verwendet wurde, und dass er vom Jungen des Löwen von Judag stammt. Seltsamerweise tauchte der Ausdruck El Cachoro in früheren Zeiten nicht auf, um diesen imposanten Karfreitag als Gekreuzigten zu bezeichnen. Alles scheint darauf hinzudeuten, dass es einfach etwas mit romantischen Untertönen ist, das es aber im Laufe der Zeit geschafft hat, die tiefe Hingabe der Menschen in Sevilla an diesen Christus zu synthetisieren, der jeden Karfreitag, wenn es nicht regnet, das ist ein anderer, erinnert uns an den Moment, als Jesus starb. Innerhalb der Legende des Christo del Cachoro gibt es eine nebenlegende Unter den Sevillanern, die behauptet, dass der wahre Christo della Experation auf dem Friedhof von Sevilla gefunden wurde, wohin er nach dem schweren Brand, den die Kapelle erlitt, heimlich gebracht wurde. 1973, das Originalbild wurde durch eine von den Restauratoren angefertigte Replik ersetzt. Zwischen der Glorieta del Cristo de las Miles und der Glorieta de la Pieda befindet sich das Pantheon von Don Anibal González Y. Alvarez Osorio, dem herausragenden Architekten des Sevilla des 20. Jahrhunderts und insbesondere der iberoamerikanischen Ausstellung von 1929. Der berühmte Architekt starb 1930, und sein Pantheon ist zweifellos einer der meistbesuchten Orte auf dem Friedhof von San Fernando, aufgrund des Geheimnisses, das darin aufbewahrt wird und das zu einer wahren Legende der städtischen Bruderschaft geführt hat, so viele, die durch unser Sevilla zirkulieren, das so an Legenden und Mythen interessiert ist. Es ist ein unverputzter Backsteinbau mit einem halbkreisförmigen Bogen, der mit einem schwarzen Gittertor geschlossen ist, mit kleinen Zeichnungen, die sein Inneres mit einiger Mühe offenbaren. Wenn Sie einen Blick ins Innere wagen, ich versichere Ihnen, dass das erste Mal immer einen gewissen Eindruck hinterlässt, und Ihren Blick auf die linke Seite des Pantheons richten, finden Sie eine beeindruckende Nachbildung des Cristo del Cascoro. Nun, die urbane Legende der Bruderschaft behauptet eindeutig falsch, dass dies das authentische Bild des Cascoro ist, wenn Sie dorthin gehen und fragen, gibt es außerdem einen lokalen Angestellten, der Ihnen ohne mit der Wimper zu zucken bestätigen wird, dass das, was Sie sehen, die Originalschnitzerei von Herrn Francisco Antonio Ruizquillon ist.